es gibt viele menschen die möchten kleinwagen haben die aber luxus bieten ja und hier haben sie genau ein solches auto eine tageszulassung ein ford k mit fünf türen und einer richtig schicken ausstattung zum beispiel leicht metall fähigen aber auch einer ganz speziellen optik nämlich einem schwarzen dach in verbindung mit einer weißen lackierung das sieht wirklich sehr edel aus hier ist christian hisler ich grüße dich herzlich hallo sven ja das ist schon schon schick so mit den schwarzen applikationen unter anderem sind die außenspiegel hochglanz schwarz lackiert genau das schon gut beschrieben also dass das die k plus white edition white edition bedeutet weiße lackierung außen und diese schwarzen applikationen klar gesprochen bedeutet das dach ist schwarz lackiert die außen spiegel kappen sind schwarz lackiert und die leichten teilräder sind schwarz lackiert so ihr habt viele fleißige bienchen hier in losheim in niederlosheim denn der wurde gerade erst quaschen aber irgendwie ende letzter woche aber moment ist so viel durch pollenflug dass die fahrzeuge nach paar tagen schon wieder aussehen wie verrückt k plus was heißt das ja k plus hat man damals als begrifflichkeit eingeführt für sich im grunde von dem vorgänger k zu unterscheiden plus für den mehr größe das heißt das vorangegangene modell war rein ein zweitürer gewesen und wir haben jetzt hier immer eine vier beziehungsweise mit dem kofferraum fünf türe variante also das plus steht für den mehr raum also für das größere platzangebot so und das heißt du hast ja vor kurzem ein kind bekommen das heißt deine frau würde das große auto fahren und du hättest ein k plus oder theoretisch denkbar also worum es hier beim k plus geht ist also viele kennen den k noch als es wirklich ein ganz ganz kleines fahrzeug war und hier ist wirklich winzig der k genau winziges fahrzeug und hier ist wirklich platz für eine gesamte familie drin ja der ford k war damals eine revolution was das design anging ganz mutig also ganz viele haben gesagt was ist das denn für mist aber ganz viele fans gab es da also der ford k der war unglaublich beliebt bei leuten die mochten und ihr habt er wurde ultra lange unverändert gebaut so was gab es bei ford glaube ich noch nie ja das gebaut worden von 1997 bis 2009 durchgehend in der gleichen optik in der gleichen optik durchgegeben klar gab es immer mal wieder die eine oder andere facelift variante wo ein bisschen stand der technik in sachen elektronik aufge oder verbessert wurde aber im grunde von der außenkarosserie war es immer das gleiche fahrzeug geblieben schon sehr 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 erfolgreiches fahrzeug das ist jetzt basis fiesta mittlerweile mit der form genau von der plattform her die vorgänger fiesta variante das heißt wie ich schon zu beginn gesagt hatte das fahrzeug ist in keiner weise mehr ein kleinwagen also es ist nicht mehr das was ein k früher war gut der fiesta ist ja auch gewachsen das ist ich hatte früher mein fiesta da war er so groß wie der k ich kann man gerade was sehen kann ja jetzt kann man sehen das sind die verbrauchswerte 85 ps motor gibt es auch in der in der einfachen ausstattungsvariante mit einer 70 ps variante aber in meinen augen die 85 ps sollte er schon haben ja was ist da für motor drei zylinder genau drei zylinder 1,1 liter hubraum turbo ohne turbo gut das ist gut beschrieben ja wichtig ist natürlich die sparsamkeit so ein auto verwenden menschen oft um ich sag mal kleinere strecken zurückzulegen das ist jetzt bestimmt kein auto mit dem ich im außendienst staubsauger verkaufe ist tatsächlich so der klassie also meistens der klassische zweitwagen in der familie mit niemanden so nahe sind wir natürlich auch als erstwagen logischerweise das ist schon klar oder auch viele als einstieg aber viele ältere leute die sagen ich brauche nicht mehr das dicke auto sondern mit allem drum und dran ältere leute vor allem muss man sagen der einstieg ist ein gutes stück höher als bei normalen fiesta variante das heißt man sitzt sag mal bitte ja man sitzt man sitzt wirklich angenehm denn einstieg ganz großes thema man man fällt nicht tief rein sondern man kann sogar den sitz der ist höhenverstellbar der sitz ist höhenverstellbar genau aber man kommt wirklich gut rein und raus also sehr sehr angenehm im vergleich zu den sag mal zu unserer fiesta variante natal also er wird viel er wird wirklich viel von älteren personen gekauft ein bisschen gemein der vergleich weil du bist ein meter 88 ich steige mal aus man kann auch anders einsteigen wenn du mal ganz lieb mal dich mal rein fallen lässt mit dem popo zuerst denn das ist das je nachdem wie tief das auto ist das würde auch gehen man kann auch ganz bekehrende noch mal aufstehen wenn man nicht gerade 1 88 ist ja und geht geht trotzdem irgendwie irgendwie ja nee ich meine nur eine kleine person die würde dann die die hätte ja auch nicht so ein sagen wir so lange beine wie du das heißt die würde dann etwas besser reinfallen höhere einstieg wichtiges thema wesentlich höher wesentlich höher genau also mal wirklich im vergleich ein fiesta und car nebeneinander stellt ist der car wirklich sehr angenehm ja er wird nicht mehr gebaut richtig genau wird leider nicht mehr gebaut produktion ist eingestellt worden das modell ist eingestellt worden ende 2019 das heißt wir sprechen hier tatsächlich von den letzten einheiten mit null kilometer das ist so und das heißt man sagt ja den fahrzeugen eine ganz besondere haltbarkeit zu die praktisch die letzten die kommen da sind wirklich alle mätzchen beseitigt wobei es auch relativ wenige gab gab wenige da viel technik aus der vorgänger fiesta variante kam dass das schon sehr erprobt war aber ich gebe ja vollkommen recht je länger das fahrzeug im im feld läuft nennt man das desto mehr können kinderkrankheiten ausgeblendet werden in der späteren produktion 188 kann auch hinten rein nochmal jetzt bin ich mal gespannt in einem ford car hinten einschlagen habe ich noch nie gefilmt jetzt erste mal aber auch kein problem oder kein problem eben weil ich habe ja vorne gesessen also sitz war vorne auch normal für mich du hast ihn jetzt nicht extra also ich habe mich nicht mit absicht irgendwie weiter nach vorne gerückt also das ist kopf hast du auch sicherheit hat jede menge airbags hat jede menge airbags isofix systeme hinten serienmäßig ja gut ein paar sachen hinten hat er jetzt nicht hat jetzt keine lektion fensterheber hinten aber vorne so aber mein gott ist ja immer noch ein kleinwagen was mir besonders gut gefällt das sind so kleinigkeiten an die die wirklich gedacht haben wie zum beispiel bei der tür hinten noch mal so eine kleine gummi lippe eingebaut die bis hinten hin geht das versaut er nicht alles immer direkt das ist richtig ja also schon so paar kleine details wo ich meinen gedanken gemacht hat ja haltbarkeit ja ihr seid seit 60 jahren ford händler es ist schon fast geschäftsbedrohend ja wie haltbar die autos sind ja es geht kaum was kaputt ist richtig also wer vergeben jetzt hier bei so einem fahrzeug auch eine entweder sogar fünfjährige oder bis siebenjährige garantie können wir abschließen aufs fahrzeug er dabei sind zwei jahre ab erstzulassung genau zwei jahre ab erstzulassung und kann erweitert werden auch fünf jahre ab erstzulassung oder sogar bis sieben jahre ab erstzulassung klar thema haltbarkeit es geht wirklich weniger kaputt an den fahrzeugen mach mal auf bitte für elektronisch zu öffnen kann einfach angehoben werden und wie man hier sieht hier ist auch jede menge platz für einkäufe und sonstiges zu erledigen ja man kann ihn ganz bequem zum beispiel auf der linken seite mal umklappen mach mal bitte das ist auch ruckzuck passiert und dann habe ich platz zum kompletten durchladen und kann dann auch mal zum möbel martin oder zum ikea fahren oder auch mal zwei zwei kästen bier kaufen ist sich auch relativ schnell ausnehmen die gute ablage aber so vier bis fünf kästen stubby passen schon sein ohne umbau oder die passen rein schon selbst erprobt der ist knatsch neu muss man sagen der hat wie viel kilometer null hat nur kilometer wahrscheinlich jetzt drauf gucken vielleicht zehn die sind aber natürlich von der überführung ab werk ist ein theoretisches neufahrzeug aber einen tag zugelassen ende 2019 ende 2019 so ist es so wir holen mal kurz die daten wenn man so lieb ist die man raus nimmt es gibt ein spezielles angebot bei dem fahrzeug übrigens sind so kleinigkeiten sind integriert wie dass ich zum beispiel eine armauflage ist mit drin die sehr praktisch ist das kann man vielleicht auch mal kurz zeigen das sind alles so kleinigkeiten auf der fahrerseite denn wenn ich mal längere strecken fahren weiß ich nie was soll ich mit meinem rechten arm machen das ist damit hier habe ich ablagen für getränke und so weiter drin das smartphone hier im grunde abbrechen gehen im grunde hier reinklemmen wenn ich jetzt eine navigation benutzen möchte also fahrzeug hat eben hier keine navigation serienmäßig drin aber viele machen das ja mit google maps genau richtig sagen ich jetzt hier das pendant zu apple habe kann ich hier im grunde mein smartphone einspannen und das im grunde als navigationssystem nutzen das ist ja cool habe ich noch nie gesehen doch habe ich gesehen bei wohnmobilen von fiat also praktischerweise ist auch hier am ende dieses pass ein usb anschluss das heißt dass ich direkt die ladefunktion habe also wenn ich jetzt wirklich eine längere reise machen das jetzt navigation nutze kann ich direkt meine stromversorgung zum laden hinten an ich habe multifunktions lenkrad mit drin das heißt die wichtigsten funktionen kann ich am lenkrad machen ich habe ein entsprechendes audiosystem mit bluetooth genau bluetooth schnittstelle ist drin für freisprecheinrichtungen und so genanntes bluetooth streaming ich habe hier in der variante ein das sogenannte ford winter paket drin heizbare windschutzscheibe heizbare sitze sind sie in scheibe auch bei heizbar genau windschutzscheibe ist auch bei heizbar mk so hat eine klimaanlage eingebaut eine klimautomatik normale klimaanlage aber die klimaanlage heißt es ist heiß 35 grad das haben wir jetzt öfter mal gehabt runter kühlen auf frost geht ganz wichtig die felgen sind dabei die die tollen genau das gehört zu dieser wide edition variante ja also im preis mit enthalten so dann zeigt man in die kamera dein angebot also das ist der listenpreis da ist jetzt noch nicht die garantie mit berücksichtigt die packe ich aber kostenfrei ins auto mit rein also so wie er steht normalerweise mit überführungskosten 14.190 wir verkaufen inklusive der fünfjährigen garantie für 12.800 ich kann mal das irgendwie fünf jahre garantie für zwölf jetzt mal eine frage ist das eine original garantie oder ist das eine zusatz garantie das ist eine zusatz garantie in dem sinn also die hersteller garantie ist immer ab erst zulassungsdatum zwei jahre der der ist wann zugelassen worden ende 2019 ende 2019 das heißt er hat schon vier monate jetzt dezember 2019 genau dadurch die fünfjährige garantie das heißt die werksgarantie wird verlängert um bis zu fünf wenn du mal so lieb ist mir das rechte mag gerade in die kamera hält dann kann es gerade ab filmen das heißt also ich habe 85 ps habe fünf jahre garantie die genauen bedingungen die kann man bei dir dann erfragen das sind die ganzen zusatz sachen die mit dabei sind auto kostet 12 8 wenn ich jetzt keinen keine 12 8 habe kann ich finanzieren auto und zahlung geben kann alles machen alles möglich genau kann auch alles via telefon oder e mail laufen finanzierungs anstunden wir haben ja corona genau deswegen also wir können der heutigen zeit können wir eine komplette finanzierung also wir können eigentlich alles digital erledigen von zulassungsunterlagen über fahrt geht auch habe ich gehört hier geht auch kontaktlos also das ist so ihr habt speziell bei euch im laden das machen wir gerade noch wenn du mal zu machst dann wird nicht so viel zeit haben wir noch da gehen wir mal kurz runter dann zeigen wir gerade mal wie ihr das gelöst habt bei euch im unternehmen denn ihr habt nämlich einen bereich separiert zum so ein bisschen und da kommen auch die leute die ja sowieso jeden tag in die werkstatt gehen die kommen gar nicht mit dem personal in berührung wir achten schon auf strenge hygiene vorschriften also die aktuell empfohlen werden das war mindestens ein meter fünfzig beziehungsweise zwei meter abstand zu unserer mitarbeiter haben haben auch eine plexiglas trennwand aufgestellt wo wir dann die schlüsselübergabe ja wahrscheinlich wissen wir dann möglichst problemlos dann überwinden können lieber ein bisschen mehr als zu wenig so muss man sagen ihr habt sogar nicht meter fünfzig sondern habt dann zwei meter habt nette fort fähnchen die normalerweise für den tag der offenen tür da sind vielleicht ein bisschen einfach aufgebaut bei uns aber ich meine es muss halt funktionieren und da sitzen die mitarbeiter sogar das bezahlen ist ja kontaktlos berührungslos da lacht sie da hinten die kollegin hallo erst mal und wie ist es in zeiten von corona ist ein bisschen ruhiger da ja schon schon aber die stammkunden kommen die mama die jetzt jetzt immer seit jahren schon zusammen nie gesehen ja ja was gesehen da könnte ja jemand sein aber es ist ja ist ja trotzdem eine kollegin oder im kreis sind es sozusagen ja hat auch normalerweise ihre ihr büro in den hinterräumen komme ich mal ich halte die zwei meter abstand an brauchen keine angst haben so ich komme wenn sie sich mal kurz vorstellen ihr vorname petra petra isla so habe ich auch mal kennengelernt so petra isla nach 37 videos die wir gedreht haben das erste mal und das ist dann praktisch der abstand da habt ihr aber wirklich viel abstand gemacht das heißt bezahlen kann man jeder hat ja heute eine ec karte also terminal ist auch für den kunden einfach zu bedienen das heißt wenn jemand nicht mehr klar kommt geben wir zwei meter entfernung dann hinter der theke die anweisung dass wir eben gar nicht in kontakt kommen müssen super gelöst ja ich finde man niederlosheim das ist direkt neben losheim so ist es ungefähr 35 minuten von saarbrücken weg das ist so genau in der mitte ja genau und saarbrücken ja man kann das auto weltweit kaufen übers internet machen immer mehr leute bei euch das heißt sie sehen das video kommen aus hamburg und so wie funktioniert das ganz genau das heißt ihr beratet die leute am telefon genau entweder per telefon oder via e mail wir haben sogar teilweise jetzt die letzten verträge per video chat gemacht geht genauso man kann ja heutzutage personalausweis über nummer alles durchgeben wir können alles vorbereiten finanzierungsanfragen zulassungsunterlagen auch wenn es hier in der gegend saarland rheinland-pfalz wäre lassen die fahrzeuge auch für sie zu alles unproblematisch wenn leute von weiter weg kommen können wir sie am bahnhof abholen funktioniert sagt der ingenieur christian hisler ja du selbst hast eine ausbildung gemacht als kfz-mechaniker ihr seid seit 60 jahren forthändler muss man dazu sagen 63 mittlerweile in dritter in vierter generation mit deinem sohn der jetzt gerade geboren wurde dann vielen dank ja wenn sie lust haben kaufen sie it's corona time zeigt nochmal den preis 12.800 euro und wie man den finanziert da könnt ihr euch mit christian hisler unterhalten tschüss christian